Dieser Ford Reinge mit Tageszulassung steht hier zum Verkauf. Der orangefarbene SUV ist viertürig und bietet Platz für 5 Personen. Der SUV verfügt über ein edles Lederinterieur und zahlreiche Ausstattungsdetails wie Sitzheizung, Alufelgen, Navigationssystem, ESP, Bordcomputer und vieles mehr. Der Diesel hat eine satte Leistung von 200 PS und wird über ein 6-Gang-Automatikgetriebe gesteuert. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 35.440 Euro. Kontaktieren Sie uns, wir informieren Sie gerne näher. Autohausködler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis Dermado Dermado Lager Dermado nord Dermado Bis zum nächsten Mal.